ich glaube feiltastatur wollen zum schießen zum winkel wäre besten wo bin ich denn es kann ja sein aber das schießen selber dann das abfeuern also viele stehen und unten sehe ich 23 und das war laut gesundheit er war ja nicht dahin gesprungen ist bei mir automatisch und wie war bewegen wie hast du ja bewegen ist wie hast du das ist fies gewesen warum hat man auch ein blubo erwischt hast du da nur kranade hingeschmissen oder warst du gelaufen ich bin hingelaufen hat in der miene hingelegt wie konnte man die waffe werden rechte maustaste ja finde ich irgendwie nicht so nett ich weiß kann noch nicht wo ich nichts wie gesagt ich kann mich gerade die das umschlossen irgendwie schießt jetzt die kannst du nicht steuern dass wir die automatischen du kannst auch die wehwein müssen doch in dem bw winkel aber ich muss ja wir müssen ja auch mal einkommen ja nicht dass die wahrscheinlich höher das kenne ich jetzt umarmt und nicht krank und ich nicht krank werde davon helmut bei helmut ist man helmut geht erst mal baden ich sehe wie sein würmchen im wasser steckt das ist ein buchstaben a ist ein buchstaben das stimmt ja hilfe hilfe ich werde unterdrückt hier wird niemand unterdrückt toko ich glaube mit pfeiltasten kannst du hoch unterziehen und dann mit gedrückter taste halte ich stark guter und stelle renni mein peter du musst doch die organe schälen ach da ist eine kiste dennis ist man nur ich hab's gruppen keiler ich sehe schon der struppi koko ganz hinten am rand daneben der helder links der struppi na dennis kommst an der helder nicht vorbei so ein ork mädel kannst du nicht einfach so überspringen gesundheit oh doch natürlich nein du haust jetzt nicht koko oder das hat sie verdient da war das hier die powerfast ne das kann ich jetzt auch oben ziehen nach wer ist ich schieße jetzt mensch wind dennis das war so nicht geplant was hat dennis ausgekippt richtiger mal koko nein wow du wirst ja nicht verkrault ich weiß auch nicht was heute los wird wir haben dich alle lieben wirklich aber ich habe nicht daran gedacht dass wir hier wind spielen dass der wind anders ja nein koko wie ist das kein wind ne ich weiß das war eine frage das war eine frage ich habe jetzt keinen wind ein bisschen zu kurz naja hat gerade dein handy geklingelt nee gerade ein k k k k k k k zu hören was ne die mine war gerade böse rolle mh und man sieht nicht was du gekriegt hast das ist ja auch gut so bei shellschock sieht man es wenigstens schön das ist doch wenn du das auf und ab fiehst du schießt schon was ist das wasser oh schade oh eine flammebombe hat aber getroffen aber nur macht schaden kein schaden knapp daneben massenvernichtungswaffe gesichert gesichtet wie bist du gesprungen eine leertaste ja das ist bei mir aber schießen eigentlich komme ich jetzt ernsthaft nicht in die steuerung rein mal weiter Ja, 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 ja. Sollte eigentlich so durch. Also das mit der Steuerung ist echt Gewinnungsbedarf nicht wie immer. Das sind die Profi Einhornwürmer, ja also. Die Steuerung bei Worms ist echt Gewinnungsbedarf. Ja ist ja gut, Gesundheit. Danke. Bitte aufwischen. Äh, hier gibts nix. Also nix zum Aufwischen. Klebt eh schon also am Monitor. Achso, dann danke. Also wenn sie jetzt nicht trifft hat, hat's ne Ausrede. Was macht denn der mit der Flasche? Hallo. Aha. Dieses Stream ist ab 18. Genau, spring gleich ins Wasser. Da ist ein Hund gequetscht worden. Wie war's denn das mit dem Springen? Ah, da war's. Wo war's? Äh, ich hab's hier bei, äh, Shift. Shift. Okay, ich hab's nämlich jetzt gerade mit dem Controller gemacht. Hahaha. Mach das bitte nicht. Du, es, du, es. Voll drauf. Nein. Das macht's ja nicht. Fällt natürlich auch noch runter. Ich glaube, denen geht's gut aus. Hm. Luftschlag. Luftschlag. Oder? Du hast Funkgeräte anhand. Oder Dynamit. Kräule, willst du wissen, was, äh, Peter zu Palworth sagt? Ich hab' mich weggeschossen. Peter, die Peter, die sich um Tierorganisation kümmert, ja? Ja. Na, das war klar. Äh, ja, von mir aus. Lass es mich wissen. Geht nicht mehr. Was wird das? Ich wollte das rumschubsen. Ach, Mensch. Haben wir uns wieder selbst getroffen? Ja. Ah, es ist aber beide. Sie beobachten das Spiel aktuell und man müsse prüfen, ob es vegane Spielvarianten gibt. Gott. Vegane Spielvarianten. My Palworth. My Palworth. My Palworth, ist klar. Ah, ja. Okay. Sie wissen schon, dass das keine echten Tiere sind, die da sterben. Was? Nicht? Nee. Aber das gibt ja dann das Bild, dass das alles begünstigt wird. Außerdem kannst du dich auch auf Pflanzen ernähren. Du bist nicht gezwungen und du bist auch nicht gezwungen, die Tiere zu töten. Hallo. Du kannst sie alle fangen. Du kannst sie alle umsiedeln in dein Reservat. Ich kann grad leider nicht reagieren. Aber wie der sich hinguckt, du. Oh. Wo soll der hinfliegen? Der fliegt doch los gegen jemand. Wollte grad sagen, wenn du Glück hast, kriegst du so richtig schön. Kurve, jetzt kommt die Krönung. Okay. Ich warte. Hast du Kaffees Krönung? Nee, ich werde zum König dieses Streams gekürt. Wett. Hier ist ja auch mein Stream. Peter befürwortet, dass man Menschen fangen und verkaufen kann, um so dem Tötenselbiger zu entgehen. Was? Aber Sklaverei ist wieder in Ordnung. Ist klar, nee. Ja nee, ist klar. Das sind auch helle Köpfe dort. Gut. Genau, in die Richtung müsste ich schießen. Das finde ich nicht gut. Sehr schön. Ich fand das schon gut, doch. Ich fand das gut. Was ist hier unten? Der Pfütze. Hallo. Ich bin gerade im Bad. Ach so, okay. Dann möchte ich dich mal nicht stören. Ich darf keinen weiter sauber. Kannst du mal bitte nicht in das Wasser reingucken, denn es ist nackt, man sieht sein Würmchen. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ich störe ihn nicht weiter. Ja, aber du stehst ja immer noch am Beckenrand und guckst rein. Nein, ich gucke gar nicht rein. Na klar, du guckst dir Dennis dein Würmchen an, das sehe ich dir an. Was ist das? Hm. Wobei das 5,5,5,5,5 lang ist. Alter. Na super, dankeschön. Bitteschön. Ich bin gleich weg, darf ich das anmerken? Wo geht's denn hin? Teneriffa und ihr? Teneriffa, das klingt gut. Teneriffa klingt eigentlich echt gut. Na komm Dennis, lass mich leiden. Du willst leiden? Ich werde leiden. So lebe ich doch nicht. Ne, so lebe ich doch nicht. Tja Rolle, so fühlt man sich halt betrogen und zurückgelassen. Ich spiele regelmäßig mit den beiden, ja? Ich bin das gewöhnt, Koko. Ich kenn das sogar nie. Dieses Gequatsche, das stimmt überhaupt nicht, ey. Ach so, spiele ich nicht mit euch regelmäßig. Wir betrügen niemanden. Oder untergehen niemanden. Rolle, lass es doch einfach, das wird nix. Das denke ich halt auch. Ich muss ja auch mal ein bisschen runterkriegen, ja. Du willst uns runterkriegen? Mhm. Ich habe ja nur die zweite unten in der Ecke stehen und sofern das Wasser aufgeht, war es eben. Du meinst einen. Da kriegen wir noch Lebensbonus wieder. Ja, das finde ich fair. Unverschämt. Warum? Weil das unverschämt ist. Oh, ich seh grad, ich sitz mit der Kamera nicht am Boden. Unter mir ist ein roter Strich. Ich schwebe in der Luft, Leute. Wo ich nach, wo ich nach, wo ich nach, wo ich nach, wo ich nach der Runde fixen. Ich will jetzt nicht rausklicken, weil ich grad. Nicht, dass dann die Aufnahme wieder Probleme macht. Was? Ich bin mal nicht Ziel des Opfers. Du bist mal nicht Ziel des Opfers. Genau. Du bist mal nicht Ziel des Opfers. Genau. Mal ne Runde, wie kippen die da unten? Danke der Nachfrage und selbst? Ach ja, so oben ist es so einsam. Also bei den meisten zumindest. Ohos. Jetzt ein Rang gezündes. Der kriegt ja ne volle Packung! Wassersteigen seh ich jetzt auch noch nicht. Ne, das ist extremviel Zeit eingestellt dafür. Ja, wir müssen erst mal wieder rein. Ach so, das war nach den 20 Minuten erst, ne? Ja, ja. Sehr gut, aber wir hatten ja auch zu viert gespielt, da war das dann noch mal rum. Weil nicht 20, müsste es mehr als 20 sein, weil wir spielen ja nicht erst seit 3 Minuten noch was. Wir spielen seit 17 Minuten. Oh stimmt, das ist eine halbe Stunde. Hm, deswegen viel. Ja. Luca, na endlich spielst du ein anständiges Spiel. Paul überzockt ja auch, der Kleine. Anständig. Endlich. Luca, falls du gerade zuschaust, machst du nicht, ich weiß, aber ich sage es trotzdem, gute Spielentscheidung. Stimm dir hier alle Zuschauer zu. Und Mitspieler. Dann ist Dennis, was hältst du für ein paar Irrt? Da ich das noch nicht gespielt habe, kann ich nicht sagen. Und wenn du es gesehen hast? Nein, habe ich noch nicht. Also nicht großartig. Hm? Ich habe mir mal kurz eingeguckt, aber mehr nicht bis jetzt. Ja, ich weiß, du warst mal kurz bei mir im Stream und so. Ein Suchtspiel. Amaro zockt das ja, wie gesagt. Boah. Ich hoffe, er hat ja noch nicht fertig mit Duschen, ne? Was, du warst noch nicht fertig mit Duschen? Naja, ich habe mich einfach hier rausgeworfen. Achso. Ja, so. Wenn es Kims Duschzeit ist, dann ist Kims Duschzeit. Boah. Oh, ey, jetzt darf ich erst mal ein großes Bad nehmen. Vor allem, da trinkt sie richtig schön drin. Sie riecht schön, vor allem. Alter. Du zockst auch gerade Palwort? Gute Entscheidung, Karni. Gute Entscheidung. So, jetzt ist es hier oben ganz einsam. So, Kim hat auch noch ein Würmchen. Und das ist ein bisschen eine ungünstige Position. Und Dennis hat Viere noch da oben. Ach, Forza Five, okay. Ich glaube, das kannst du maximal teleporten oder hier mit Fliegen. Mit Fliegen könntest du es schaffen. Das Checkpad und dann kannst du umrund liegen. Kannst du mal schieben? Ja, war nicht ganz ideal. Ist ja, war besser. 12 Sekunden. Hm, nee, ich mach jetzt eh nichts nochmal. Weil der jetzt ja noch auf den Staub schießen können. Warum denn? Das will ich nicht schießen. Weil der jetzt dran ist, der da oben. Direkt da, wo das Leben drunter ist. Natürlich. Und der ist das. Das war auch gebraucht. Perfekte Schlusslinie. Oh, holy Garnett. War die vorne in dem Trop drin, ja? Nö, guck mal, ne? Bei dir. Wobei... Die gibt es ja für mich, ne? Weil Jesus und so. Genau. Ewigwitz, genau. Die Ewigwitz ist Jesus. Ich glaube, das Jetpack reicht dafür, finde ich, Olle. Oh, okay. 180 ist echt viel. Krass. Ja, aber du kannst gut fliegen, Olle. Wer wissen es? Okay, das war die hier. Okay, ich komme nach, was du machen willst. Kleine Napalbombe. Warum rennt denn der los? Warum ist denn der einfach losgerannt? Glaubst du, der bleibt stehen dabei? Ich habe hier sicher Wort, dass die rennen vom Feuer... Ja, die bewegt sich vom Feuer weg. Und da ja da alles Feuer ist. Okay, das muss ich jetzt nicht. Ich darf sie stehen da und brennen, halt ein kurzes Stück. Wie es halt so üblich ist, wenn man sich anzündet. Wie es halt so üblich ist. Kisset halt. Unter dir. Oder der über dir wirst nicht rankommen. Das war vielleicht ein bisschen doof gewesen. Du machst das Pool einfach bloß größer. Das, was sie sagt. Das, was sie sagt, okay. Ja, das ist ja. Ja, Dennis, da bist du. Das ist richtig. Einfach gerade ausschießen. Nee, das ist ja langweilig. Ich fand das gut. Da ist niemand. Ja, wir machen aber mal auf langsam. Nee, lass mal. Das ist eigentlich ganz gut, so wie es war. Ich fand es nicht schlimm. Wir arbeiten uns mal zu dir durch. Okay. Du kannst doch gerne mit helfen. Ich stehe zwar so beschissen an der Stelle. Ein Treffer und ich bin im Wasser. Aber es muss sich jetzt irgendwie umgehen. Du kannst dich schon vorher bewegen, ne? Nein. Du bist so weit. Du bist ein großes Pipi-Pool. Wir haben es verstanden. Ja, tschuldigung. Dennis, schießt mir die Kiste runter. Nee, die ich schließe nicht runter. Ich glaube, die gehen auch kaputt, oder? Wenn du es bist. Wenn du es jetzt treffe, geht es nicht kaputt. Also, wie du dich jetzt hier kaputt machst. Ja, das war es auch nicht geplant. Nicht? Nee, also, ich meine, man könnte von ausgehen, aber das war nicht der Plan. Ich hatte mich leider einfach nur... So, jetzt habe ich das Problem. Ich habe jetzt keine geschickte. Mach einfach auf, Rolle. Nimm das Ninja-Seil. Bruder, spring einfach hier vor dir ins Wasser. Ist auch okay. Dann müssen wir was sagen damit. Nee, ich treffe nicht. Das will ich dir damit sagen. Ah, okay. Ich stehe an einer echt blöden Stelle hier. Also, Kim, ich sehe ihn auch nicht besser. Das war wieder zu kurz. Ja, aber könnte klappen. Warte, er schießt sich runter, oder? Oder nicht ganz. Schade. Kim baut sich zu dir runter, Dennis baut sich zu mir runter. Die Waffen sind jetzt nicht ideal. Nee, ideal sind sie definitiv nicht. Oh, na, die. Oh, schade. Schade, Dennis. Aber jetzt, Rolle. Ich habe halt nichts Gescheites. das. wieder in die deckung gehen ausschießen wir zurück partizalen kampf das war wieder zu weit aber jetzt hast du noch kein durchgang zum jahr fehlt noch ein bisschen ganz abblieben ja ein paar bluten kommen ja schon das bohrt doch alles bei dem oben einfach noch vorne dann ist das ein knopf du musst du drücken dann geht deine luke unter und das gewonnen probiert einfach mal aus oder einfach so wie du jetzt gerade bist drauf schießen geht auch ja auch das funktioniert auch das habe ich mehr mehr trug auf dem schalter es funktioniert einfach drauf einfach drauf und wer ist ja auch kein grund nicht anzulügen nein niemals warum soll ich dich an lügen ist einer meiner besten freunde wirklich doch nicht ein denn keiner hier im stream würde ich je anliegen das soll überspringen ja ich weiß das war eine frage warum versteht ihr momente fragen nicht als fragen das war überspringen so da hat mir jetzt keine frage raus gehört das war meine kiste aber jetzt weiß ich dass ich bei dir ankomme das ist auch nicht mal was er brennt theoretischen worum eigentlich müsste herunter springen was ist denn das da trüben für euch ist jetzt ja gut ist ja die ganz schlimme worum zieht ist ich glaube sie muss mal eine warm kuh machen das war so zusammengebracht finde ich gut herrlich na klar der kann sich jetzt wieder die kiste holen ist bestimmt hier was schönes drin naja das heißt schön du warst jetzt gerade abgehakt aus deiner pose nochmal weg ja genau reicht ja auch also was aus deiner position nichts machen ich baue einen durchgang wenn du fertig bist bin ich weg ja ja den den zwölfer kannst du jetzt ruhig mitnehmen das ist okay sehr schön wenigstens einmal wieder abgeräumt kriegt er eine kiste mit lebenspunkten wo seine nase ach herrlich oh das sieht gut aus nein oh doch doch das hat die mine erwischt siehst du dennis hättest du mal den knopf gedrückt und geschafft sehr schön haben wir zwei dennise gekillt nein dennis kommt selten allein wenn du ihn gerade rüber wirfst kannst du den 74er drüben treffen echt naja probier's aus klingt eigentlich verlockend muss ich sagen ich weiß ich sollte es machen ne mhm oh da sind äh da probiert rein zu fliegen mit lenkraketen und es trifft ja zumindest ein bisschen da hast du ja auch lenkraketen kannst ja noch umschießen wenn du noch ihn hast ja und jetzt rolle jetzt ist die frage was mache ich als nächstes ich weiß es halt nicht ich kann mir einen durchlau nach drüben bauen das dauert nur ne weiter das dauert nur ne weile das dauert nur ne weile hast du lenkraketen mhm 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 okay jeder hat nur ein wurm im besten würmchen wird sie halt dran glauben dennis kim oder ich einer wird das sein dennis hat natürlich einen strategischen vorteil da oben antwort er ist möglich das geht wenn sie Das ist das erste Weg. 101. Es ist halt nur dezent leicht übertrieben. Ich weiß auch nicht warum das so ist. Oh Mist, viel zu kurz. Viel zu kurz, hätte viel weiter fliegen müssen. Aber ich habe extra gewartet, dass da auf einer Seite wenigstens Ruhe ist. Du musst die nicht so weit werfen, die fliegt ganz gut. Scheiße. Oh shit. Du hast angefangen mit Banana. Ich weiß, dass ich damit angefangen habe. Oh jetzt kommt's ab. Nein. Nein. Ich habe nicht erwartet, dass er die so weit werfen kann. Nein. Ja. Ja, zu kurz, schade. Gott sei Dank. du machst du zu weit ich mache zu kurz da fliegt doch abstehen ja nach links kommt das ding wieder so weit zu kurz was soll ich muss mal auf den wind achten ich hatte vorhin bestimmt winter ich kann es immer entscheiden luft schlag du hast doch bestimmt noch einen luftschlager das kriegst du dann damit das ist schon riskant das ist richtig dass das was kann das glaubst du bist da bist du gesichert gegen luftschlag überhaupt nicht da bin ich nicht sicher dass ich selbst okay sein glück habe ich noch blick ja ja was tut mir mal ich nicht mehr schaden zumal die eh nicht viel schaden macht die sich eigentlich nur darum als sachen aufzumachen cluster mehr wie er ein mehl hat das war's dennis sicher ja ja nee reicht nämlich noch nicht alter hat nur einen wochen einmal hat nur einer einmal gedauern ich glaube erst du so tot bist du tot bist jetzt kommst du mal von unten ach wenn ich rolle du magst sagen jetzt hast du ganz arm am winter hab ich ein mehl habe ich ein mehl auf der kleinen linsel was ich habe trotzdem schaden gekriegt für habe ich noch irgendwas wollen um irgendwo hinzugehen ich habe auch eine hippie ins feuer können das mal bitte aufhören ich werde aber ertrinken ne ach so scheiße ich bin sowieso gekrabbelt scheiße ich habe das krabbeln vergessen ach rolle ich habe jetzt eigentlich auch nie erwartet dass ich das irgendwie hinkriegen habe ich da hat jemand sein ei vergessen das kann eine sehr schnelle runde sein zeit ist jetzt 20 minuten bis es war so steigt ja hier youtube ja hier selbst ja eins Matter in Ostern nicht deswegen wiegst du heute zehn kilo weniger ich möchte auch zehn kilo weniger das nicht nur heute auch gestern ich glaube sie hat was gegen uns denn das war knapp was willst du da bei mir sich an die reiben ja ich merke das schon ja weil ich nicht das kriegen was ich will und deswegen reibst du dich an dennis warum löst denn die mine nicht aus weil ich nicht legt eine daneben liebes haus dem steht da hinten auf dem übel mit deinem sofa das mit seinem würmchen zu dir kommt sie ihre lange nase da hallo das tut weh das hinter mir ist eine wand kann ich mal fliegen dass du drückst sofort gegen rücken will ja das tut dir weh ist ich stehe nur so ein bisschen auf schläge ich mag schläge das geroller schlag ich soll es nicht hüpfen du sollst schlagen das war nicht mich sondern sie ich will aber sie nicht schlagen sie will aber danke also was rolle redet von reiben unsere bademann liegt um im monja kerzenhalter willkommenen kreischer weisten kreischaffen weiß nicht ob ich die gerade hatte aber ich wollte jetzt hier noch nicht nutzen und hatte ich die kanade in der runde zuvor ich habe es aber ein ganzes für mich da hatte mein ganzes und mein würmchen habe ich mit immer im wasser versenkt aber sowas ja solange es noch im wasser ist alles gut nicht mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr ohne nicht mehr nicht mehr was und die triffung wie der Knochen sich einfach an Dennis einlähnt au Olle, lass mich mal mit meinem Knochen alleine. Wolfie, wir brauchen keine Intervention, wenn... Wir brauchen keine Intervention, wenn wir kein Problem sind. Schläge sind doch toll. Zuernd sind manche. Ah, Entschuldigung, ich habe den bei meinen Tee getrunken. Der war so lecker, ne? Ja. Ja. Wand. Die Worte weint. Echt? Guck mal, der Martin spielt PUBG. Ich gerade. Oh, Martin. Wir können wieder zu dritt gegen ihn spielen und tritt verlieren trotzdem. So. Den schauen wir mal. Was hat man denn hier noch? Den schauen wir mal. 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 Den ist warstig. Gibt es dafür auch sauberes Wasser? Was war denn ein sauberes Wasser, was ich hatte? Extra abgekocht eigentlich. Das sieht nur so aus wegen den Sonnenstrahlen, die sich darin reflektieren. Ja. Ah, ja. Das war extra abgekocht. Ups. Ups. Ja, denn ist in der letzten Runde gewonnen, da müssen wir doch mal gegen einen halten. Wir müssen uns auch mal beim Steam connecten. Ähm. Du weißt, wie ich hier heiße? Beziehungsweise im Prinzip kann ich auch Freundschafts-Code schicken oder schick mir einen Freundschafts-Code und wüsste mich an. Dann kann ich den auch im Nachkorn annehmen. Ich glaube, der hat was gegen uns. Wir sterben wenigstens nebeneinander. Nääää. Merk da, dann sterbe ich noch durchgehend. Wir sterben wenigstens nebeneinander. Also du hast mich auch mit dem Tod gerissen, darf ich das mal anmerken? Ja, da und? Aber trotzdem sind wir dafür nebeneinander gestorben. Ist das nicht schon gut genug? Du hast es lieber, dass dein Partner neben mir stört, als dass dein Partner überlebt? Wenigstens ein bisschen Schaden weiterhin ist. Hm. Genau, so Rammontisch. Das sind wir wenigstens ewiglich vereint. Bitt schön. Danke. Gerne. So, jetzt kommt noch schon mal raus. Hol sie jetzt natürlich wieder Geld, damit er sich richtig was schönes, großes kaufen kann, mit dem man es fertig macht. Was Großes. Och, jetzt seid doch mal anständig hier. Ihr seid ja ganz schöne Ferkel heute. Alle Jungs gehen sich mal abkühlen. Ihr wisst, wie das am besten geht. Den Rodensack in kaltes Wasser hängen. So. Und Dennis hat uns gerade abweggespült. Wichtig, die Klo-Spülung einfach runtergespült. Und schon ist es wieder auf Dennis an Platz 1. Na klar, fällt das Leben auch runter. Natürlich. Mach mal Endsport, mein Lieber. Mach's fertig. Mach's fertig. Mach's fertig. Nicht auf nicht, Kim. Dann ist es der, der hier und aufhetzt. Bitte was? Nein, nicht der Hund doch. Erlebt doch noch. Ich krieg's doch da niemals raus. Nein, Peter. Du musst doch die Organe schälen. Ach, was für ein Glück, dass du jetzt sogar dran bist. Du noch kurz nach rechts und dann bist du draußen. Mal eine Runde ums Eck schwimmen. Wo ist die Power hin? Warum hat es ja vornen 180 und jetzt nur 60? Ähm, ja. Ich wollte da oben wenigstens irgendwo hin, aber das ist der hier. Ja, ich hab's versaut. Ach, Dennis hatte kurz rausgetappt, wahrscheinlich, um das zu machen. Danke dir, Dennis. Bitte. Ich bin wenigstens umsonst gestorben, wenigstens 20 Bütze. Dennis, schau deprimiert den Boden an. Oh, ich geh mal hier, ich höre nicht. Guck mal mal ganz genau den Boden an. Oh, der schläft, das kann auch sein. Ja, manchmal muss man auch schlafen. Dennis, dann würde ich dich schlafen. Kim. Sitzt hier neben mir und haut schnell nicht Bütze raus. Ständig vor allem. Ja, in jedem Stream in letzter Zeit. Hallo, weil ich mal was Kleines hier so ein bisschen da rein haue. Ja, ist ja auch Lüb. Lüb. Mit Üb. Ja, das schreibt man mit Üb. Lüb. Lüb. Oh, das sieht leicht pervers aus. Nur leicht. Ich hab dich gerade nur angestupst, ne? Das ist ja ganz schön unfair. Sie stupst auch nur. Aber ich hab extra wirklich, ich hab extra nur gestupst mit dem Finger und nix gemacht. Jetzt gibt mir hier kein schlechtes Gewissen, ey. Das ist böse. Der letzte Runde gewonnen, der probiert dich nur aufzustacheln, dass du ihn verschonst und dann killt er dich. Komm, mach das Würmchenblatt. Die Haut daneben. Du warst nicht nah genug wahrscheinlich. Das kannst du keinem erzählen, ey. Lass einfach genau da fallen, wo du grad bist. Ist okay. Ne, nicht werfen, du hättest doch einfach fallen lassen. Habe ich mich miterwischt? Ne. Aber dich auch nicht wirklich. Verdammt, bitte. Hm. Ich glaube, ich geh jetzt. Es war schön mit euch. Wo geht's denn hin? Weiß ich nicht, aber ich glaube, du machst mich jetzt kalt. Nicht wahr? Warum sollte ich das machen? Du fliegst da rüber und dann krieg ich ein Basie ab oder sowas. Ach klar, du hast 45. Finde ich fair. Ich finde das fair, oder? Ich nicht. Warum? Leute, wir müssen uns verbinden gegen Dennis. Für die Gerechtigkeit. Okay, wir helfen. Ich mach mit gegen Dennis, okay? Selbstwort ist keine Lösung, Dennis. Ach so, warum denn nicht? Ich hab gegen Dennis mitgemacht. Hm, das Ganze voll eingesammelt, was da oben ist. Ich hab gegen Dennis mitgemacht. Schreib mal in den Wort. Hm. Das denn, mein Lieber. Vielen lieben Dank für dein zweites Monatsabo. Dankeschön. Ich drück natürlich ganz tolle Kim die Daumen. Nein, wäre alles so ähnlich. Schaffst du, schaffst du, schaffst du. Und es ist nur noch ein Würmchen gegen ein Würmchen. Ja, da war ich strategisch besser im Standpunkt. Bruch teleportieren oder sowas. Und dann Basie und dann hinten in die Ecke hauen. Schaut das Wasser raus. Ganz schön gemein von dir. Macht's ja nicht. Nee, ich krieg auch von dir. Okay, geht auch so. Oh nein, schade. Wäre dann doch mal ins Wasser geflogen. Jetzt holt er sich die Kiste, holt er eine Holi raus oder sowas und dann. Nee, da ist keine Holi drunter. Sagen wir mal. Hm, das ist jetzt nicht so frickelnd, muss ich sagen. Machst du das mit dem Basie, ja? Wie schaltest du denn das Checkpack wieder ab? Mit F? Mhm. Einfach weggespült. Ja. Nee, ich konnte Kim nicht loben. Oh. Dann hab ich gleich noch ein schlechteres gewiss, dass ich dich geschlagen hab. Ja, genau. Der Typ kauft dich hier ein. Wie schau lieber die vier, die hier unten links da sitzen. Nehmen, mach mal. Ist schon sehr witzig. Alter, wieder. Wo stehen die denn? Die stehen ja bei dir auch geil. Na, Kim erklemmten Berg. Kim hängt zwei da oben. Zwei stehen von mir da hinten. Kim steht zwei. Und Dennis hat mal wieder alle seine oben stehen irgendwie gut positioniert. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ich finde, das ist gelogen. Das ist halt einfach schon eine Kackposition hier, ne? Die. Und lügen darf man nicht sagen, oder? Und das sind auch noch zwei dicke bei mir da drüben. Das ist auch ganz blöd. Hallo? Ich rede von meinen Würmern. Diesen dick. Was? Oh, da hat er so zwei dicke Würmer, okay? Auf allem, du hast mehrere dicke Würmer. Kannst du mir die mal bitte zeigen? Der eine ist hier drüben da, da. Die sitzt mir neben dem. Geht nur auf, geht nur auf, außer nach Unifenseite. Warum spielen wir dieses Spiel? Das hat halt das Rad des Schicksals entschieden. Das Rad des Schicksals. Aber jetzt war im Ernst, du musst du mir mal zeigen. Ich bin ja in Behandlung, deswegen bin ich gerade eine Wurmko. So. Ich glaube, Dennis wirft das Rüder zu dir. Oh, der spürt dich wieder weg. Wo soll ich denn die Sachen her haben zum Spüren, Mensch? Ja, komm, du hast eine Wassergranate. Einer hat es schon weggespült. Gesundheit. Genau, einfach, er hätte es einfach schießen müssen, Rona. Genau, der ist gut. Der sollte in die Ecke. Ich bin ein Troll. Dennis zockt uns heute ja ab, das ist schlimm. Heute? Stefan zockt die Schleute ab. Im Sinne des guten Spiels. Hm. Ist das eine Mine? Nein. Fast. Au. Okay, ich habe jetzt mal eine Klospülung. Ich habe jetzt wieder von oben mit einer Klospülung von oben gerechnet. Ich habe leider nicht. Ah, du willst doch mich erst mal runterschießen. Nee. Komm nicht weg, schade. Warum kommst du so schnell wieder weg mit dem Würmischen? Oh nein, zweie. Alter. Die stehen aber auch beschissen. Hey, der hat dir gar nichts getan. So ein anderer. Egal, Homerun. Du musst auch mal wieder ein Würmchen verlieren. Freiheit für Würmer. Lass die Hosen an, Leute. Ja, okay, ich ziehe sie hoch. Hab das gehört, Dennis hatte die Hosen und... Das weiß ich. Der Roller hat gesagt, Freiheit für Würmer. Hab ich sofort losgelegt. Das ging aber schnell bei dir. Ja. Hau einfach drauf. Das ist ein Dicker. Du kommst mit deinem Dicken nicht über den anderen Dicken kommen. Die Dicken Würmer springen nicht so hoch. Wirklich? Ja, deswegen sag ich es dir. Schießt du dem anderen nur den Hut weg. Oh. Gegenwind vergessen. Scheiße. Ich hab dir das so von Shale Shock gewohnt. Ja, mir ging es vorhin auch so. Ich gucke auch nie auf den Wind. Ich schieße einfach. Gesundheit. Das fände ich ja irgendwie jetzt nicht nett, muss ich sagen. Ich guck mal. Schade. Komm, du tafst nicht weg. ein bisschen zumindest ach schau doch, ich dachte es euch oh, die Ahnung hat es irgendwo untergewischt im Krieg gibt es halt mal Verluste hat keine andere Nähe, sorry, muss der sein kriegt jeder jede Runde immer 5 Lebenspunkte dazu oder ist das, weil das der kleine Wurm ist ja, es kann auch die Wurmart der hat es halt lass mich jammern, wenn ich jammern will so, wer hat das erwartet tja, der Winkel macht's, Dennis, der Winkel macht's oh, da habe ich mir jetzt noch was schönes genommen Fußball nein, da war was drin in der Kiste gucken, wie das funktioniert na klar, rollt er wieder zu weit schönes Muster da unten im Berg da steht niemand anderes die Ausreden man kann sagen, wie du nur auf Kim gehst, dann kriegt der Winkel auf Kim zu aber da war ja Kim, wie sie sich selbst auf sich zuhören genau wie Kim auf sich selbst zuhören ich glaube, du stehst zu nah und denk dran, Gegenwind ach, das habe ich jetzt mal gesehen deswegen haben wir vielleicht gerade drauf genau je nachdem du wo du hin willst schade wo ist ja sie, wo du hin willst bleib mal da unten naja, ne neuer Versuch brauche zwei Leute, um Hummern zu machen, echt so, jetzt habe ich nur noch die beiden da unten in der Dings, ne super da oben hat er Loot, Loot, Loot die ganze Zeit das ist doch Wahnsinn das ist Wahnsinn warum schickst du mich in die Hölle du weißt, dass es deine Aufgabe ist, mich umzubringen ich darf erzünden deswegen schick ich Kim in die Hölle oh, jetzt hat es abgebrochen das mir auch immer passiert starten und dann die Bewegungstaste zum Fliegen genau, starten und dann einfach nur Bewegungstasten drücken genau, dann nochmal drücken zum abbrechen, richtig also, warum liegt das alles da oben bei dir? das ist doch das Spiel cheatet ach, das Spiel cheatet wie ist es, bist du es nicht mehr der cheatet das stimmt wo cheat ich denn? ne, ich meinte gerade Dennis tschüss tschüss tschuldigung tschüss 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 Wie darf ich das verstehen? Sammle das Zeug ein. Wie darf ich das verstehen, Dennis? Weiß ich nicht, wie du es auf jeden Fall willst. Ernsthaft, spring drüber. Diese Schafe. Das hat der Klaz gesagt, Ray Mysterio. Kranker so. Oh oh. Wow, die Mine im Wasser war ja unfair. Die hat man echt nicht gesehen. Nee. Naja, viel Schaden hast du nicht bekommen, du hast immer noch vier Würmchen. Ja, das hatte ich vorher auch. Und wie ist es gendet? Arbeiten wir uns langsam mal aus. Oder es war so, wo du ja auch beinsteigen. Aber warum willst du dich ausarbeiten? Zumindest soll ich ihn rausschutten. Ha, 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 ha. Kann man wieder shoppen gehen. Luftschlag. Ah ne, ist ja Kim. Ich dachte jetzt gerade. Sehr schön. Immer drauf. Immer drauf. Nicht im Falschen. Dieses Lachen. Hm. Verdammt, selbst eingesprochen. Na ja, na. Baseball. Also steh direkt am Kopf von Kim. Aber wahrscheinlich hast du zu hoch geschlagen. Also von der Anzeige her nicht. Ja, aber ich weiß, das ist schon echt blöd hier. Da ist mal ein bisschen das Fenster aufwachen, der Hase. Können wir hier unten was spawnen, wäre nicht? Also wenn ich Kim wäre, würde ich jetzt einen Stahlträger nehmen und dort zubauen, wo Kim ein Rollenball aufgemacht hat. Aber du bist ja nicht Kim. Und Kim ist nämlich nicht. Also du kannst auch unten in dein Gesicht gehen, dann kannst du vielmehr so dringend im Gesicht treffen. Das Problem ist bloß, dass kommen wir jetzt zurück. Oh, ich hoffe, du kriegst Besuch. Ja, das befürchte ich auch gerade. Guck mal, ich helfe dir sogar. Ich mache ein Mittelauf. Hm, da kommen wir auf was runter. Ich hasse dich so sehr. Oha. Warum? Hast du überlebt? Das finde ich nicht mehr. Dann nicht mal richtig getroffen. Dann gar nicht getroffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist nachtragend, Rolle. Nö. Äh, nö. Nee. Weißt du, Dennis? Dann sei doch so böse zu mir. Mir ist das ganz persönlich. Egal. Hat man lange nicht mehr. Das geht ja eh nicht. Wenn das doch schön wird, es dir egal ist, Rolle. Es geht hier um die Unterhaltung und den Spaß für die Zuschauer. Freut ihr euch genauso wie ich, wie Dennis mich fertig macht? Erzähl doch mal. Yay. Und dieses gehässige Lachen, das klingt so wie so ein bösewicht. Wie er da sitzt und seine Katze streichelt. Ich habe gerade keine Katze hier. Ja, du hast ja die Hose vorne auf und da kannst du ja eben einso sein. Okay. Du tust mich, Isa. Es ist egal, was ich sage. Dann wäre sowieso auf mich gegangen. Oh nein. Der geht auf dich. Wäre so nicht. Bleib da liegen. Ja, dann bleib da liegen. Ist okay. Ich dachte, jetzt kommt noch die Mine zu mir runter. Das wäre lustig gewesen, aber nein. Dankeschön. Alles klar, Kani. Warum? Komm mal zu mir runter. Können wir mal ein Tacheles reden. Dann red doch. Du bist noch so weit weg, dann muss ich schreien. Achso, Entschuldigung. Dann musst du nächste Runde, dann krieg ich jeden Bäsens Gesicht. Ja, das hatte ich fast vermutet. Erstmal die Münze wieder, das Geld, die Waffen wiederholen. Ich habe die ganze Runde keinen Loot bekommen. So, Kim, war schon hin mit dir. Ach komm, erzähl dir nicht. Ich hätte auch gerne mal Loot bekommen. Ich finde, ich hole mir einen Schalli, dann kriegst du nichts mit, wo ich dich angreife. Achso, falsch ist hier. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Du hast jetzt keine Luftschlagen nach unten, oder? Hast du gemacht? Oder was wolltest du machen? Kann ich leider noch nicht verraten. Du hast noch nichts gemacht. Dann muss ich das später machen. Oh, man macht es nicht so lang. Dann nehmen. Ach, du kannst dabei noch drehen? Ja. Das muss ich. Ja, sehr schön, denn es ist sehr schön getroffen. Ja, alles gut. Ja, Kollateralschaden ist dir egal, ich weiß. Ja, der hätte eh sterben müssen. Ja, du willst reden. Nein, warum treffe ich mich wieder? Gut getroffen, Rolle. Ja, genau, da oben. Bei meinem Glück bist du gleich unten dran und machst mich weg. Kim ist abwählen. Der dürfte wirklich unten dran sein, vielleicht, ja. Gehe ich von aus. Sehr schön. Immer weg. Immer weg mit dem kleinen Würmchen. Immer weg. Ja, der war ja jetzt eben erst an. Und natürlich, Janis, das ist dran, die Kiste drop vor ihm. Natürlich. Da ist eine Kiste unten, wie du wolltest. Ach, Dennis, komm. Was? Hä? War scheinbar nicht nah genug dran. Alla, wie nah sollte du bist, du wüsste gerade drüber gelaufen. Und die ist nah genug. Oh nein, 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 nein. Immerhin. Oh. Krieg ich wenigstens ein Lut, den du vorhin eingesammelt hast? Aber wenigstens das. Nee, das war eh nichts Schönes. So, jeder wieder ein Lut, der Lut hat sich nicht gelohnt, oder? Jeder noch ein Würmchen, der noch. Alles gut da drüben? Mal es gerade so klang, wie, wie, wie nicht gut. Wie kaputt, wie fertig, wie hier irgendwas, keine Ahnung. Nö, alles gut. So, wo ist denn, ist dein letztes, warum ich da steht da an der Ecke? Dann komme ich nicht hoch. Da ist eine Kante rum, du musst es zurückwärts. Das ist akrobatisch, bist du sieben. Ja, oder? Ja, oder? Um das, ob du siehst, obwohl die Kamera nicht an ist, cool. Ja, ne? Krass. Die Kamera ist schon neu angeschaltet. Äh, nur nicht rumgewählt. Das wird nix. Dann ist egal. Jetzt noch ein Luftschlag oder so machen kann auf Dennis. Wum der da auf mich? Weil darum. Weil darum. Das Schöne ist, du kommst da auch nicht hoch. Zumindest nicht mit den normalen Sachen. Schießt du, weil jetzt kommt der Luftschlag zu dir. Oder zu mir. So woanders hin. Da holt sich jetzt ein Reservewurm. Ein Reservewurm? Einen zweiten Wurm. Einen noch ein Zusatzwurm. Warum kann ich den? Ich kann den Fall nicht bewegen. Warum denn nicht? Vielleicht, weil der nur auf deinen Wurm geht, weil das ein Hilfsding ist? Das ist kein Hilfsding. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du da willst. Das ist auf jeden Fall kein Hilfsding. Ich weiß es nicht. Kannst ja sagen, was das ist. Nein, das ist kein Hilfsding. Definitiv nicht. Kann man das unzige weggehen? Eigentlich ist das ein Hilfsding. Eigentlich ist er nichts. konnte ich nicht weit genug umschließen waffen werden zusammen der toll an der stelle komm ich auch super an da kommst du doch an oh hallo ist ja hast ne wand ja ich weiß okay du stehst da oben so selte brauchst du nur zu schießen auf 1 und dann dafür muss ich aber erst mal irgendwo heran kommt war schön mit euch also war schön mit geben mir nicht nö boah eiskalt spart ihr das kommentar was dir auf der zugelag denn es war der luftschlag kommt warum soll der kommen na ja welchen du auf kim abschießt sonst lauter dir noch dein loot da wo du dich durchpacken wolltest ne kim ja passiert halt ne was soll ich machen er holt sich einfach jeden loot ist also noch mal gold gold kann sich noch schönes kaufen mein erstes gold versichert die runde ja ist so mhm 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 sehr schön schade dass er aus dem wasser raus geflogen ist aber sonst sehr gut das kann sich hoch teleportieren wieder die kiste holen mhm warum damit du saßt ich brauch noch nicht jede kiste mensch nein du hast ja schon genug waffen gegen uns ne irgendwer weitem nicht nö brauchst du auch noch waffen gegen kim nur noch ja brauchst du die kiste nicht mehr, weil er ist jetzt zerstört Nachschub abschneiden was überrascht und skimmiert ich werde jetzt unter das probieren was nicht ging wenn du noch dazu kommt davon gehe ich schon das ding ist wenn es dorthin geht oder der pfeil ist den ich nicht bewegen kann dann ist es egal was ist denn das dann sagt auch wenn du vorher was ist war das der fallschirm nein es war kein fall schon gesagt falsch und dass er dich dann hoch zieht und dass du dann theoretisch oben hättest du rausspringen genommen das war rinder blitz aber ich hatte mir fürchtet und ich den noch mal aktivieren muss danach während der das ding schon fliegt und sagen wo die raus müssen das kann sein aber das hätte ich hier nicht mal da oben ist es geht es nicht muss ich da und hier muss man hingehen kannst ich glaube du hast das ist es zu weit weg vielleicht nein ich glaube du hast dass die fähigkeit gewählt die so objekte kopieren kann so groß oder irgendwas das ist ja nichts von mir objekt haben wir keine Zeit läuft ab englisch kann so sagen wir so das war ein ufo ja sag ich ja das ufo kopiert sowas aber wenn wir aber nichts da ist kann es nicht probieren das steht halt eine beschreibung da was die waffen machen ja das ist das problem dabei das stimmt du hast abstimmung gemacht ja okay ich sehe das ergebnis noch nicht und ich weiß auch nicht was ihr fragen gefragt habt da ist auch kein ergebnis das hat irgendwie keiner was waren deine frage also kann ich doch dann sagen wenn es ist gut wie denn es fertig macht wenn es ist gut dass dann bist du deine lieben freunde so massakriert würdet ihr euch wünscht dass auch mal jemand anderes gewinnt doch jetzt hat jemand mit vielleicht abgestimmt jetzt nachdem sind die leute haben es wahrscheinlich nicht gesehen dass leute dann verdrehen bei und die zocken selbst wie sie dann auch macht ist da auch ein griff zu luftschack in coming dann die homing missiles ja homing missile naja ich dachte mir schon ich dachte mir schon dass ich hallo gerade hoch der kamer direkt zurück aber uns entschieden für euch beide herzlichen glück du kannst du jetzt keine luftangriffe und sowas fliegen glaube es geht nicht erstmals helmut dran helmut your turn helmut bewegt sich starr auf strube zu da nimmt helmut und strube ins visier erzielt und fliegt sauber gelandet 45 punkte für strube eins ist dran und er hat wölfchen unten rené vor sich gesteigte wölfchen geht rüber legt dazwischen beide scheinbein dynamit und haut wieder ab das trainier auch alleine und beide werden er sein um das erlebnis haben so der strubi darf sich dafür wehren was beginnt mit ihm gemacht hat es geht jetzt ab was soll denn jetzt abgehen nicht so steht ja hier so da hat sich trubi mit dem gleichen gerecht und den gleichen schaden verursacht dann bin ich mir das jetzt mal ein krisen krisen auf ihn wird sich krisen krisen hat koko im blick bewegt sich schnell auf koko zu rolle ich heute in der luft herum der krisen moderations chemie und diesen visieren ziert und koko hat voll das ding von krisen habe gekriegt auch voll der kanne und 35 punkte für koko die 22 macht sich bereit und nähert sich von hinten langsam an koko aber erstmal sein krisen weiß zur mittagspause was zu rauchen da ist eine krisen drin steht hinter koko im schatten die frage ist koko oder krisen entscheidet sich scheinbar für krisen feuert und trifft auch krisen hat ein wenig schaden bekommen 34 ich wünschte man wo springen dann hin koko koko kann sich rechen koko kann sich rechen ich wollte eigentlich auch bis auf die andere seite rüber ich dachte eigentlich der priet der teilt sich auf der landet explodiert und halt sich ja noch mal auf ich dachte er kann sich an der wand aufteilen aber da hat er komplett verschluckt dann werde er nämlich wie so regen auf sich herabgeprasselt ja deswegen herumgedreht ich habe nicht aus dem habe ich gesagt für welche runde so will bewegt sich jetzt eigentlich gerade ich sehe nicht den namen des würmchen welches für mich ist es ist eins von es zieht auf die 33 ein halber teufel sozusagen aber traut sich nicht wird sich nummer rum visiert an und feuert und trifft das was denn so ein plopper bleiben unverletzt nein nicht ganz auch keine gute wobei ich mit dir nicht umgehen kann tut mir leid das klingt auch wieder falsch ich habe schwierig gelesen wer gerade dran ist 333 ist dran und visiert plopper wahrscheinlich an ja klar und da funktioniert das perfekt wasser durchgang wird macht gesundheit kleines würmchen also dem koko wir müssen alle dran glauben eine früher oder andere später das hat ja an keinster weise was mit dir zu tun ja also bitte plädet ihr da nichts ein richtig ist er aus dem nur ein spiel wenn du nicht möchtest ich kann auch deinen namen rausnehmen aber ich hatte ja extra das damals reingemacht damit hier die zuschauer ja auch ein wenig gewürdigt werden dass sie hier mit dabei sind deswegen bist du ja nicht ohne grund dabei weil wir eine der häufigsten zuschauern ist ist doch lang zuschauen du stehst da sehr gefährlich das wirst du mit dem plopper steigst du grad helga unter von der helder hallo das fällt dir ein einfach mal so ein orc medel zu gesteigen das macht man nicht ja flieg mal weg flieg mal weg das ist auch besser so du looter den looter king ich bin der looter king das gute spiele sind bing 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 und die alle drei aber warum hat der gleich aufgehört mit schießen also weil du schaden kriegst die runde vorbei sobald der hat der geschossen hat schaden wenn ich einen anderen getroffen hätte von mir wäre es okay gewesen aber da der schaden bekommen wir nicht was worms has ears okay da da ja das war mehr so ein paddel aufmarsch mhm so wie das ausserpatsch paddel sind toll ja also koko wie gesagt ich kenn das auch ähm wenn man dann halt ständig irgendwie getroffen wird oder so oder da wie gesagt bei mir hier ganz oben da war es jetzt wie gesagt Zufall dass du halt die einzige da mit warst die da halt ah jetzt stand aber ich weiß wie es einem damit geht wie gesagt wenn du möchtest dass ich das rausnehme dann nehme ich deinen Namen raus kein Problem dann setze ich immer noch mal rein achso ich bin drin da fühlt man sich dann häufig mal wie nicht gewollt oder so obwohl es eigentlich gar nicht der Fall ist ja aber wie gesagt ich kenn das selber oh scheiße ja aber der hat ja perfekt getroffen aber der war also das gewollt war Respekt der eine der sollte die anderen erwischen aber da ich jetzt so direkt rüberschieße der äh da wollen 40 punkte wecken ja ärgerlich kommst du holst ja der loot ist nicht weit weg da wird noch jemand was dagegen alter ist das gemein der wackelt alles entschuldigung der ersten daneben nur einen zweiten kurz nochmal nachziehen oder was da hab ich die Schussballer was verändert dann ja mhm der erste nicht wollte die 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 das funktioniert Er hat Zucker getroffen. Entschuldige dich vorher. Okay. Nicht so viel. Die Krachtung gegen die Decke. Ja, die... Das habe ich auch gerade gesehen. Ich dachte, das ist gerade so, wo machst du denn? Den muss ich ja nur entfalten. Ja. Ich probiere schon wieder Loot zu kriegen, ne? Nix da. Na klar. Der ist nur am Looten, der Typ. Klar ruft der Ray Mysterio. Ich meinte, das Spiel ist allklauer, nicht? Entschuldige dich vorher. Nee. In mir entschuldige ich auch keiner. Dazu sage ich nichts. Oh, war die knapp. Die flog sehr knapp über den Boden lang. Aber hat geklappt. Ich habe dich gerecht, Coco. Das lasse ich nicht auf dir sitzen. Langsam. Ganz langsam. Du genießt das, hm? Komm, zieh durch. Einfach durchziehen. Richtig durchziehen. Hauen weg. Drei, zwei... Moment, Moment. Ich muss noch mal kurz inne gehen. Vielleicht ein bisschen höher, damit noch was aufliegt. Ich sag dir, ich muss kurz inne gehen. Ja, dann geh inne. Dennis, es tut mir so leid. Tut sie nicht. Nee, tut sie auch nicht. Doch, tut's mir. Schade, nicht ins Wasser. Es ist... Rolle wird nicht komplett loswerden. Ich lasse dich wenigstens noch im Spiel. Boah, 3-3-3 hat wie auf vier Lebenspunkte. Na, dann holst du dir den Loot. Frage ist halt aber, ob es das wert ist. Ich weiß es nicht. Oh, oh. What? Als ob. Abgesagt ins Wasser. Als ob. Oh Gott, ey. Das war gut. Was ist die falsche Taste jetzt gedrückt, oder? Nein, der hat einfach dann losgelassen. Oh Gott, nein. Das ist ja scheiße. So, was haben wir denn hier eigentlich? Wo ist der 12? Hmm. Du hast da noch Dennis voreinander stehen. Ja. Wenn du sie nach oben gezielt hast. Ich habe Pläne. Scheiße. Na, egal. Ja, das denke ich mir auch, Würmchen. Das denke ich mir auch. Ja. Das denke ich mir auch. Ich sitze auf dem Erdmännchen wie so ein Erdmännchen und gucke sich um. Aber steht da dein Würmchen auf René drauf? Das ist möglich, ja. Ja, ich frage mich nur, wann das passiert ist. Vorhin? Soll ich dir, dass passiert noch was? Ne, ich bin vorhin selber dran. Oh, perfekt. Oh, shit. Schönst du. Hmmmm Helmut ist dran, ich glaub Strubi und das war's gleich mit dir, ja Strubi zeichnet das ihr wisst was ich meine, das streicht das zeitlicher, was streichelst du? er fragt mich, ne, ich bin komisch echt? was hast du denn da, ein Teddy? ne, das ist eine Maske probier dich zu besteigen, damit er nach oben kommt sowas nennt sich hochschlafen er hat doch gesagt, also ich hab grad den Pad zu probiert dich zu besteigen warte ich hab das mit ehrlicher Arbeit geschafft, da wo ich bin da kommen beim mädchen zu dir Fabian, danke dir für deinen Raid vielen lieben Dank ich wusste gar nicht, dass du grad selbst gestreamt hast was gab's denn bei dir Schönes? mein Lieber 86, cool minis, tut mir leid und dbd, ah cool wusste gar nicht, dass du überhaupt noch streamst na klar, da kommt der Pandi hinterher natürlich da Pandi einen Wunderschönen, guten Abend Pandi Natorius Und Fabi haut noch... Na klar. Fabi haut noch sein Abo raus. Danke dir, Fabi. Äh, ja. Einen wunderschönen guten Abend, alle Raider. Also Fabian und natürlich alle Pandinatorios und seine Gefolgsleute, seine kleinen Pandas, die ihn verfolgen. Herzlich willkommen. Hallo. Was habt ihr Schönes gemacht? Also, außer wo wir vor und zu geguckt haben und du ständig gestorben bist. Ja, ich bin freundlich. So bin ich. Wie ihr seht, wir machen gerade eine kleine Runde Wurms. An sich macht Dennis uns alle platt und wir probieren irgendwie, so lange wie möglich zu überleben. Zumindest war das in den ersten drei Runden so. Die Runde sieht es vielleicht ein bisschen anders. Du hast den Boss auch noch gelegt. Respekt. War ja letztes Mal, als ich aufgehört hatte, dann war es ja kurz davor. Da fehlt dir ja nicht viel. Schön, dass du da nicht aufgibst. Halt dich fest, René. Halt dich fest. Oh, bringt nichts. Stell dir weg. In Nioh, jetzt gerade eben Elden Ring. Ah ja, stimmt. Da hat es ja gesagt, du wolltest mit Marion, war das glaube ich, zusammen Elden Ring machen. War schön, hat Spaß gemacht. Und jetzt schon fertig? Jetzt schon. Ich weiß nicht, wie lange du gestreamt hast. Ich glaube, wir müssen hier mal was besprechen. Was denn? Toll. Dahinter soll es nicht gehen. Ich gehe mal wieder ein Stück. Ja, schon fertig. Bin ja gerade aus Corona raus. Deshalb, trotzdem früh ins Bett. Deshalb leider auch schon gut aus. Alles gut. Gesundheit geht vor. Das ist doch wohl ganz klar. Danke. Werden wir auch haben. Gute Besserung. Werd schnell wieder fit. Damit du bald nicht nur Paul sehen, sondern auch dich. Handa ist jetzt bei 4,5 Stunden. heutiger Stream sozusagen. Na, wir machen noch bis 0. Es wird dann nicht dauerhaft Wurms sein. Wir werden, denke ich mal, noch was anderes machen. Wenn die Motivation ein bisschen schön hochgedrungen. Wenn wir nicht nachlässt. Je nachdem, wie es bei den Mitspielern aussieht. Also sprecht Kim und Dennis. Die gerade dabei sind. Ich bin ja auch etwas eingeschlagen. Ein bisschen. Mit Krankheit. Ein ganz glöcher. Ja. Schöne Erinnerung bei dem Game. Macht's gut. Ja, definitiv. Alles klar. Schlaf gut. Träum süß. Und wie gesagt. Schnell wieder fit. Bis demnächst. Oh shit. Na, das war's mit drin. Da haben wir noch zwei. Ich bin wieder der, der als erstes weg ist. Könnte das was werden? Ja. Hat geklappt. Warum so still, Dennis? Konzentrierst du dich wieder? Weil du die ganze Zeit redest. Kim hat auch zwischen ruhig ein, zwei Wörtchen gesagt. Äh, na wieder. Aber jetzt richtig. Du hast dich das Spiel jetzt wieder geholt. Ernsthaft. Wowiegen wir. So oft spielen wir das nicht. Wenn das mal zwei Monate mal ist, dann ist das viel. Wir haben im ZMF halt viel Spielauswahl. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Doch ist es. Du hast auch noch vier Lebensmöglichkeiten. Wir machen's, Dennis, aber auch zu leicht, indem wir uns selbst kennen. Ich hab die Taste gerade ausgesehen losgelassen. Schubber dich nicht an der Wand, Dennis. Warum denn nicht? Hi. 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 Dennis, das bin ich. Da willst du mich entschieden. Warum? Weil das weh tut. Weil ich jetzt schon wieder ein Formulierung und nur noch einen übrig habe. Ich weiß, das ist dir wurscht. Du willst mich leiden sehen. Ich muss mich selbst verteidigen. Du musst dich selbst verteidigen. Ja, ich fällte ja nur mit Fokus von dir die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was du meinst. Mhm. Das war zu, der war zu kurz. Ja, ich muss den angreifen, der stärkste ist und das bist nun mal du ständig. Du holst ja ja allen Loot, den es gibt. Mhm. Mhm. Und wenn ich sie dann gegen uns an. Dann muss ich ja auf den gehen, den ich als meinen stärksten Konkurrenten sehe, oder nicht? Das ist Kim. Guck mal, weil Kim stehst wieder da unten nach unten, obwohl hinter ihr ein blauer steht und bringt sich selbst um. Weil es ja schon angezeigt wurde, dass es rot war. Wow, tough audience. So, the other day. Da kommt was schönes für die Kirche. Nur vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Oh, knapp. Aber komm, das könnte reichen, ne? So, noch Schockweller? Wow. Fünf Schaden. Mensch. Aber da ist ein Durchgang. Hm? Hast du das bald mal? Oh. 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 hoffentlich kriegst du schaden durch das ertrinken dann ist doch sehr gut da kommt ne kim mit ihrem jetpack ja die werden brauchen bisschen mehr hat deswegen haben die mehr streitstoff als einfach und jetzt steigt das war so kim hat noch drei würmchen wir haben nur noch denn ist und ich habe nur eins denn sie überlegt sich wie trefft du mich würde ich gerne aber leider geht es nicht muss ja nicht nur mich gehen sagt der richtige ja hab ich gesagt ich glaube die beiden von kim die formen die nächsten sich gleich selbst hat der zumindest noch können sie vielleicht auf den hügel gehen dass es ausreicht aber du musst rechts wahrscheinlich durch wenn du nach oben willst wir können es noch ausreichend okay passt respekt hat gepasst wo du hast dich sogar selbst getroffen so jeder hat nur nee der andere hat nur vier leben wo ja stimmt das kriegst du das geschickt in der granate runter zu werfen blut ist das war schön mit ihr guck dein grabstein steht sogar noch sichtbar so aber denn es führt halt schon wieder und hat noch die meisten lebenspunkte und steht am weitesten oben also er hat kein bewegungsfall kann die ganze zeit aussetzen auch wenn er mich ausfluten will ich habe hier aber auch nichts mehr was ich nutzen kann ob es ist die ich werde die ich werde ich werde ich werde ich werde ich werde dich ja ich habe alle weil es gibt ja acht würmchen und ich habe alle acht würmchen nach zuschauer benannt und ihr seid eins der würmchen das ist vollkommen richtig das ist vollkommen richtig gesundheit koko ist dabei ist dabei stupi ist dabei ich weiß gar nicht noch alles dabei ist helder ist dabei natürlich 1 aber das kann doch nicht sein vier runden und firma gewinnt dennis ist halt ein cheater so wer steht wo ich wurde dazu gezogen tut mir leid das war zu einladen da kommt doch nicht hoch das würmchen jetzt löst die mine aus zack weg das war so klar es war mir so klar dass du den auf der insel angreifst weil der so schön einzeln steht und da geschützt ist das war zu verlocken ja ja dann kriegst du natürlich wieder ein helft 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 neben dich gelegt eine richtung da stehen zwei doch da stehen zwei ja dann triffst du mehr leute richtig doch ich komme zu den anderen mit rüber das schaf hat gepupst das hat viel schaden gemacht hast du das schaf jetzt manuell ausgelöst ja dann muss doch noch ja 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 ich mein leben nein ich wollte eigentlich das ist bei dir landet die aber die durch weg geflogen ach das ist bei mir landet ja ich wollte die ihren grund gehen dass du das leben auch brauchst besten weil sie sich weg geschossen und du wirst direkt auf mein leben landen jetzt ich dann wieder hoch geht und nicht nur auf dem hilton das du nimmst das nur auf nur dran bist glaube ich ich würde auf der kiste landen quasi jetzt hat jeder für uns einen wurm und team da stehen endlich feierabend dann genieße ich mein lieber schön auf dem bopser und natürlich zielgenau auf mich ja dann hat sie auch genau gefangen ich kriege ich kriege es gefangen das nicht explodiert das böse böse fass können wir mal bitte rein suchen und nicht irgendwie weg da ist nicht genug platz für euch beide es gibt nicht genug platz da muss ich mal eine dalle im kopf haben so oft wieder drauf springst ja reicht das du musst schon mal runterziehen glaube ich ja ging halt nicht da ist eine kiste dennis ja danke jetzt kommt doch wahrscheinlich auch noch ein wer zumindest sammelt hallo du bist so ein kunde das ist doch was schönes gewesen das ist ja wirklich was schönes gewesen aber dafür ist gerade keine zeit bin ich nicht so weit ich habe mal ein bisschen platz gemacht das ist so nett von dir ich habe sogar von das feuer angezündet jetzt waren wir in der höhle so pluper oder plopper 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 ich hoffe der hätte mich eigentlich auch nicht treffen dürfen hätte unter mir durchschwingen müssen gezielt würde ich sagen so jetzt bin ich dran werde jetzt eigentlich wieso immer besteigen muss finde ich nicht nicht wenigstens einmal wieder ich meine der steht da eh gefährlich der eine wurm wenigstens einmal sagt er ja ja damit du bist ja schon wieder übermächtig wenn du dir schon wieder alle waffen gesammelt hast ich bin übermächtig natürlich ich bin auf jeden fall übermächtig es gibt schon wieder kühe die wasserbomben es gibt schon wieder kühe es wird geflutet war das die bombwasser das was du bekommst nö das habe ich das hast du noch das lohnt sich jetzt nicht ich würde die kiste holen und dann darüber quer klar laufen ich würde auf die 26 oben gehen da ist jetzt wieder ins trockene stein plopper und helmut stehen auch super oh 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 Ah, man. Gleich mal zwei Würmer verloren. Das kann doch nicht sein, steht da noch schön auf dem Berg drauf. Ich glaube, das ist nicht vorbei. Am wenigsten einfach genau. Etwas für uns hätte geklappt. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte klappen können, ja. Aber man will es ja auch nicht riskieren. Klar, das wird bei mir. Ich hätte was abgekriegt. Ja, wo immer. Ich habe ja eine von den kleinen Bergstücken. Ich habe ja auch nicht. Ich habe ja auch nicht. Sie holt sich meinen, auf der ich vor unschön stand. Tschüss. Hm, was geht noch? Die Frage ist, wie hoch fliegen die? Ja, schon ein Stück, würde ich sagen. Kommen die bis da hoch? Denke schon. Das sollten sie schon schaffen. Ich wusste es nicht, wie weit sie schossen ist. Wenn ich die Insel nicht haben kann, darf die keiner. Richtig. Da wird die Insel wieder runter geholt. Mach dich bereit, 55, 55. Okay. Ich bin bereit, mach nix machen. Ach so. Na dann. Dann mach noch nix. Da geht's einsammeln. Hallo Freunde. Baseball. Baby, ich war kein krass. Warum nicht viel Schwung dran? Nö. Ich bin auch fett. Ich wollte nur von den Berg runter. Ach so. Der König um über Berge bist du. Naja, okay, sind's wir. denn es ist links daneben der ist personen triffst du das auch du musst dich noch ein bisschen bewegen nein das triffst du schon jetzt aktuell ist alles rot bei dir ja das ist oft auch mal rot das hat nicht immer meistens ja aber nicht immer das geht ja perfekt super jetzt kommt die rache an kim für den angriff die meisten da spielt er sich weg das auch noch alter böse kombination jetzt fragt er den einen noch in die luft wenn ich mir dir jetzt eine anfrage schicke per steam du kannst mir eine schicken das durfte auch nicht aufploppen eigentlich und selbst wenn steht da bloß da dass du mir eine nacht geschickt hast du siehst gar nichts im stream das sehe ich bloß ich habe ja das bild abgecaptured das spiel nichts weiter also kannst ruhig deinen freundschaftskey schicken ich weiß nicht ob du anfrage direkt schicken kannst oder bei steams ich glaube alles nur über freundschaftskey ansonsten schickt ihr mir über twitch chat als flüster ich lass mal lass mal bitte du darfst nicht sehr viel power machen aber dann selbst dann fliegt er direkt drauf durch die wand also wird er nicht durch fliegen können nicht aus dem weg du müsstest recht links springen genau und dann da hochschieben dann kann es klappen warum gebe ich dir eigentlich tipps da und jetzt gerade durch schnell das haus gegen die wand hast du ja voll auf die wand gezielt hmm Hmm... ich hab keine ahnung was das wird wenn du es nicht weißt ja dann halt dich schön fest da oben ja kann man deine schau ich nachher kann ich gerade jetzt nicht an ihm weil wenn sie eigentlich aus dem spiel rausklicke dann geht das bild weg und bild ja das ist leider blöd bei wurms da hat er glückte so ein kurken steckt na klar zuverführerricht da oben ne ok ok kann man mal machen was kriegst du da aber nicht weg wo ist bohnt denn die waffengesser auf der kippe so jetzt dürfte ich nur noch einen haben der da oben steht ich habe noch zwei ich will noch den hier drüben stimmt ich habe es nicht mehr so gut ich habe es nicht mehr so gut ich habe es nicht mehr so gut Es ist die Worte der Hölle. Hmm. das mal dennis das mal habt ihr gar nichts getan aber kim hatte vorhin einen guten stand ja sehr viele würmer gehabt hat eigentlich gerade vorhin geführt relativ stabil und dann hat sich gedreht das hat sich dann relativ schnell gedreht und amortet luftschlag ja aus dem weg ist das nix die fliegen eh nach rechts auch eine gut mit wind könnte glück haben okay war es so geplant die anderen sollten aus in die richtung gehen und zwei ausgemacht so dennis wie weit haben wir da nun rein immer noch zwei und er kommt so können wir zwei noch da unten und wir zu uns hochschießen auf alle fall so so die solche Aktion machen würde. Deine Mutter ist so aus! Start, wie du möchtest, zu gehen. Spar, Kindle ist ein großer Feuer. Bleib mal da unten. Das Problem ist, er hat gleich wieder hier neben sich. Er ist gleich wieder da. Nicht unbedingt. Es sei denn, du hast bestimmt noch was zum Fliegen. Was soll ich denn noch haben? Weiß ich nicht, irgendwas hast noch. Oh, Gott sei Dank. Schade. Das war ganz gut, Dennis. Nee. Doch. Ich fand es jetzt nicht schlimm. So schnell kann man sich wieder drehen. Schon wieder. Geben wieder. Du hast ein Zerwürmchen. Zum. Du hast noch zwei Sekunden. Du hast noch zwei Sekunden. Okay. Das was ich gerade machen wollte, das hat gerade nicht so funktioniert. Okay. da bitte munition für dich dennis danke gerne du jetzt natürlich noch in die luft ja klar nach vier runden ist es geschafft nach fünf runden in der fünften runde ist es geschafft dass man damit nicht die erste wirst hast du lange gebraucht wurde ja jetzt noch irgendwelche luftangriffe oder sowas und dann ist pumpe wollte ich denn nicht gewinnen ja natürlich wollte ich das ich bin mir gerade die hoffnung dass ich nicht getroffen werde jetzt von kim zum glück hatte ich halt die hoffnung recht auch wenn es mir ein bisschen die haare angebrannt hat Ne? Okay. Oh, die habe ich sogar vernichten können. Da ist eine Waffenkiste gespawnt bei dir. Wie meint ihr eigentlich nicht? Meint ihr die im Nachbarloch? Okay, was kommt jetzt? Normalerbeschluss? Das war jetzt so klar, dass es passiert. Ich habe es nicht gesehen. Du bist mit dem Shedback von kurz hingeblieben an der Kante. Echt, ja? Ja. Schade. Ja, ich dachte mir, als er sich da hochgesetzt hat, dachte ich mir so, oh, jetzt sitzt er eigentlich auch direkt auf dem Präsentier-Teller. Ah.